Geh in die Schule. Musst du nicht schon schlafen oder in die Schule? Mach mal lieber die Schule fertig. Wir haben heute unsere Zeugnisse bekommen. 2 plus, 2, 1, 2 plus, 1, 1, 1, als Minus, als Minus, 2 plus. 1,37er Schnitt, 11. Klasse auf einem Gymnasium. Neben der Schule habe ich diesen TikTok-Kanal mit täglichen Upload. Zwei weitere TikTok-Kanäle mit zwei taggigen Upload. Einen Instagram- und YouTube-Kanal mit täglichen Upload. Einen weiteren YouTube-Kanal mit monatlichen Upload. Mehrere Stunden die Woche streamen. Jede Woche eine Podcast-Folge. Und neben den etlichen Meetings und Telefonaten habe ich sieben Geschwister, was auch nicht immer ein Vorteil ist. Außerdem mache ich gerade parallel zwei Führerscheine. Ich glaube, du brauchst mir nicht sagen, was ich zu tun habe.